und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von bayonetta ja wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin eine feuersbrunst umgibt die stadt es sieht nicht so aus als würde sich der brand legen ich denke mal ich muss in diese richtung gehen würde ich jetzt mal so behaupten kann man von dieser richtung hier eigentlich ja okay dann weiß ich glaube wo wir sind beziehungsweise wo ich hin muss ich habe es gefühlt dass jetzt gleich ein boss kampf kommt das bergmann nehme ich bisschen zu ruhig hier ok das sieht definitiv aus als da war ein vogel wir spawnen wieder oder wir spawnen so was hätte ich das mal gewusst hätte ich diese eine minute noch warum warum krieg ich jetzt noch stahl weil ich dreimal gestorben bin aber ich hatte ich hatte sogar zweimal eins platin glaube ich das geschafft wie habe ich das denn geschafft nein ich bin nicht für die ich habe gesagt ich bin 1 40 punkt das ist mein neuer rekord dann hole ich mir direkt aber ich brauche 50 davon dann investiere ich in einen lutscher und den rest tauschen wir so die kardinal tugend der tapferkeit ich möchte erst mal in die hölle die kardinal Oh So, kann man wieder was für Techniken ausgeben? Nicht wirklich, nein. Okay, dann einmal verlassen. Haben wir überhaupt den Jaguar schon freigeschaltet? Ich weiß das gar nicht. Ich bin so gerade umschlussig. Haben wir den Jaguar schon freigeschaltet oder nicht? Kommt das erst noch? Ich weiß es nicht. Egal. Colosseum. Du wieder? Und hier habe ich mir gedacht, dass ich das letzte von dir gesehen habe. Und hier kann ich die vorher nicht oder fucken. Ich bin entschuldig, ich habe einen der Grund, warum ich dein Kind hunt. You're much too UGLY NOT to put out of your misery. Smuck off, fellerface! Wow, let's have a shot of the pass. Hello, hello. Yes, fuck. Hello. Let's go. Let's go. Ah, I have to go on. Okay. Let's go. Let's go. Okay. Uh. Huh. Ah. Ah. Huh. Ah! Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Kann ich Sachen braun? Ich hab noch sowas. Aber ich kann braun. Ich kann... Oh, ich kann einmal was schon machen. Oh, das war's für heute. 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 mal Ah, der was Puzzin. Der geht in den Ruf. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.